Ieri al supermercato ho speso 75 euro. Ich habe gestern im Supermarkt 75 euro ausgegeben. Esaurito, esaurita. Ausverkauft. L'articolo è esaurito. Der Artikel ist ausverkauft. Il Reklamo. Die Reklamation. Ha fatto un Reklamo. Er hat eine Reklamation vorgebracht. Fare Reklamo. Reklamieren. Se vuole, può fare Reklamo. Wenn Sie wollen, können Sie Reklamieren. Cambiare. Umtauschen. Mi può cambiare questa gonna? Können Sie mir diesen Reklamo umtauschen? La coda. Die Schlange. In posta c'è sempre una coda lunghissima. In der poste ist immer eine ewig lange Schlange. Fare la coda. B 什麼 ist die. B I B MON O ire. チャンネル